Okay. Meine Tante ist tot. Wirklich? Ja, sie hatte ein schweres Herzleiden. Oh Gott, es ist schrecklich. Sieh's doch mal positiv. Wir kriegen das Haus. Als der Rechtsanwalt Brian Beckett das Haus seiner Tante erbt, ist er überglücklich. Er sieht gut gelaunt aus. Ich hoffe, er weiß, dass er es nicht geschafft hat. Denn Behauptungen, dass es in dem Haus spuken würde, schenkt er keinen Glauben. Selbst die ersten mysteriösen Ereignisse lassen den überzeugten Skeptiker nicht von seiner Überzeugung abrücken. Doch der Keller birgt alte Familiengeheimnisse, die zum Albtraum werden. Tu sie weg! Tu sie weg! Tu sie weg! Der zweite Spielfilm des amerikanischen Werbefilmregisseurs Tennyson Bartwell von 2009. Mit Sopranos und Madame-Secretary-Star Tim Dell. The Skeptic. Das teuflische Haus.